Hallo, hier ist Ron Good. Wir sind eine multinationalische Kooperation, die in der Kato- und Hospitalität-Industrie mit über 15 Jahren Erfahrung spezialisiert werden. Für alle Ihre Restaurant-Needs, in unserem Kanal, viele Lösungen für Sie. Seid uns jetzt. Beine in Gummibaum. Tischplatte mit Gummibaumumrandung rundum. Mittelteil in massivem Eschenfurnier mit Mattlackierung. Zweiter europäischer Stil-Ess-Tisch. Der französische geschnitzte Esss-Tisch ist vom französischen Hofstil der Periode Ludwigs XIV. Inspiriert. Mit zarten und weichen geschnitzten Beinen mit botanischem Muster. Exquisit handbemalt in Gold. Einer retro-grau-grünen Farbe und der glatten Textur der bergigen Holzmaserung der Tischplatte. Die ein leichtes und luxuriöses Vintage-Ess-Zimmer schafft. Die exquisite vergoldete Schnitzerei mit dem grau-grün gefärbten Korpus des Tisches unterstreicht den Luxus und die Romantik des französischen Stils. Dritte massivem Holz-Ess-Tisch. Ausziehbarer Massiv-Holz-Ess-Tisch. Der das Möbel wie ein Kunstwerk behandelt. Vierter marmorierter Esstisch. Marmor-Hitzebeständig. Elegant und beweglich. Edel und natürlich. Einfach aber nicht gewöhnlich. Zweiter Schränke. Eins. Das Sideboard. Zweiter eckiger Schrank. Drei. Bildschirm-Trennwand mit Wohnzimmer. Als wichtiger Bestandteil traditioneller Möbel hat der Parava eine lange Geschichte. Er wird in der Regel an einer prominenten Stelle im Raum aufgestellt und spielt eine Rolle beim Trennen. Verschönern. Blockieren des Windes und Koordinieren. Aus Feng Shui-Sicht ist die wichtige Funktion des Paravas. Das Kiefeld zu regulieren und die bösen Geister zu blockieren. Wenn ihr interessiert in unsere Videos, remember to follow uns. Wohnkup. Mehr als 4,500 Restaurant Choice. Wir werden Sie immer überraschend. Bis zum nächsten Mal.